9.80.0 RTL. Schwer. Macht's. Für weniger. In diesem Moment nehmen unsere Kandidaten die Augenklappen ab und sehen sich zum ersten Mal. Wer ist hier der Kusspartner? Und hier ist dein Herzblatt! Dein Ernst? Kennst du den Ernst, Tim? Um Gottes Willen, Leute. Drei, zwei, eins, go! Ja, das sieht schon mal gut aus. Oh, ich seh schon das Zungenspiel. Also die Jungs geben auch alles, wa? Ich muss aber sagen, Tim hält, was er verspricht, weil er hat ja gesagt, er ist so eher der Draufgänger-Typ. Er beugt sich sehr nach vorne, während Paul eher so nach hinten gelegt. Um aufzusabbern. Jetzt reden sie auch. Oh, was ist eigentlich? Ja, nochmal richtig tief rein. Oh, die mögen es aber. Da tun sich neue Welten auf. Hallo. Ich vermute, die beiden haben ein Date heute Abend. Großen Respekt. Wow. Das ist super mit den verbundenen Augen. Wahrscheinlich haben sie schon immer davon geträumt und haben es keinem erzählt. Das ist echt super. Boah, möchte ich nicht mit denen tauschen, ey. Aber Mühe geben sie sich, ne? Komm, sonst hast du ja recht. Ach, guck mal. Aber was kriegt ihr dafür? Drei Euro? Die Hälfte der Zeit ist rum. Nicht absetzen, Jungs, sonst müsst ihr von vorne anfangen. Zwei Hetero-Männer küssen sich. Leutend 80 Sekunden lang. Für drei Euro. Oh Gott, ich kann gar nicht hingucken. Boah, 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 boah. Oh Gott. Oh Gott. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Wir haben noch ein Ratschmiss. Ja, ja. Boah, 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 boah. Boah, 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 boah. R.S.T.A. Schenkt euch Liebe.